Also, holen wir uns den Dungeon-Key. Ähm... Hallo Doggo. So. Und... Machen wir doch das Hardpiece hier. Okay, wir müssen beide, äh, alle Fische holen, wie es aussieht. Das war doch der hier unten, oder? Ah! It's a big one and it has a piece of heart, too! Hä? Hätte ich jetzt das Herzteil bekommen? Oder nicht? Hä? Die Musik passt doch gar nicht. Machen wir jetzt das... Scheint nicht so. Okay, doch. Okay, holen wir uns das nächste... Upgrade noch fix, würde ich meinen. Das File-Upgrade holen wir uns, ja. Dann gucken wir mal zum vierten Palast, wenn wir da hinkommen. Also, wenn wir da hinkommen. Ja, so. Zack. So. Yes. No. Yes. Sehr schön. Muss ich den Color-Dungeon auch machen? Ich hab den nämlich noch nie gemacht. Haha. Ich hab Zelda DX nicht gespielt, aber für normales Dings Awakening gibt's halt keinen. Dings. Keinen Randomizer. Zumindest hab ich keinen gesehen. Irgendwo... Da ist noch der neue Dungeon. Den wollen wir uns noch snacken. Erstmal gehen wir aber... Hier hin. Zubi. Wir müssen trotzdem nicht den langen Weg gehen. Ah, wir haben sogar wirklich ein Herzteil hier. Okay. Am nächsten... Oh, Leute, wir haben ein Herz. Nervigstes Herzteil aller Zeiten. Ich weiß nicht, warum man das da versteckt. So. Hi. Hey. 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 Weiß ich es. Ja, ich habe eine Idee. Äh, zack, zack, ist hier was, bom, okay, brauche ich nicht, ich habe noch keine, okay, ich kann in dem vierten Dungeon ja auch noch nicht wirklich viel machen, merke ich gerade. Ah, boski. Okay, da kommen wir nämlich noch nicht lang, weil wir keine Pegasus-Stiefel haben. Das heißt, wir können da nicht lang gehen, aber wir können hier noch was machen. Okay, Herzchen. Gut, gucken wir hier weiter. Hier ist eine Kiste noch. Danke für die, für die Damage. Okay, der Schnabel. Was haben wir hier? Schlüssel. Anderweitig komme ich ja auch nirgends lang, ne? Ja, hat sich dann erstmal erledigt. Was haben wir denn jetzt noch für Möglichkeiten? Wir können den ersten, zweiten, dritten und vierten Dungeon noch nicht machen. Den fünften können wir auch nicht finishen. Den... ...sechsten können wir mal. Den siebten? Was ist mit dem siebten? Gab es denn eine Kiste? Ich glaube nicht. Doch. Aber wir hatten nochmal den Schlüssel in den vierten Dungeon bekommen. Wow. Wow. Äh... Äh, Leute. Was haben wir hier? Ah! Okay, wir können Richtung Dungeon 8. So, aber hier will ich auf jeden Fall nochmal hin. Weil... ...wes da draußen noch eine Kiste gab. Das ist auch nur eine Kiste. Okay, kein Herzteil. Ne, war da vorher noch eine Kiste? Ich weiß es nicht. Bomben. Natürlich sind es Bomben, Leute. Aber gut, okay. Wir können auf jeden Fall hier lang schon mal. Das ist nice. So. Und... ...ne Zaubermuschel. Wir haben 10, also könnten wir theoretisch... ...weg... ...ne Zaubermuschel. Aber nö. Ups. Wolle ich hier nicht auch den Hookshot? Ja. Okay, wir müssen Dungeon 6 versuchen. Oder? 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 Ich glaube... ...ja. Ha. Alles klar. Wir können auch nochmal hoch... ...zu Dungeon 7 gucken. Auf dem Weg sind auch mal vier... Ne, da sind ganz viele Kisten oben, ne? Oh. Das ändert natürlich ein bisschen was jetzt. Das gucken wir uns an. Fünf Kisten sogar. Zack. Herzteil. Sehr schön. Ist eigentlich eine Zaubermuschel. Glaub ich. So, jetzt können wir nämlich alle Kisten öffnen. Aber ich lege sie erst alle frei. Okay. So. So. So, alles klar. Der Hookshot! Der Hookshot! Der Hookshot! Der Hookshot! Der Hookshot! Alter, was? Wir haben gerade fünfmal den Hookshot bekommen. Ich glaube, der Randomizer ist noch nicht so gut ausgeräumt. Okay, nein. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich halt jede Chest mit... ...Sachen getauscht habe. Okay, jetzt haben wir den Hookshot. Okay, aber wir können auch nicht in Dungeon 7. Warum gehe ich eigentlich hoch? Das ergibt keinen Sinn. Und wir könnten jetzt in Dungeon 8. Ne. Können wir nicht. Weil wir den Mambusong noch nicht haben. Dafür müssten wir eh erst runter. Äh. Zack. 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 Ist ne... Oh. Oh, schön. Daran haben sie gedacht. Das ist nett. Sehr schön. Ich dachte, wir kriegen so schön den siebten Dungeon Key. Aber ich hätte an der Truhe merken müssen, dass es nicht so ist, weil die Truhe ist da ja nicht. Das ist sonst eigentlich nur ne Dungeon Key. Oh, Leute. Und jetzt erstmal noch ein paar andere Sachen merke ich grad. Oh Gott. Hier lang. Irgendeine... Natürlich werde ich gleich gehatet. Und zwar... Die Truhe hier. Probine. Okay. So. Und... Hookshot. Zack. Die Pegasus-Stiefel, Leute. Es wird langsam. Langsam wird's geil. Dann... Die Zaubermuschel. Und... Den Mambo-Song. Wie lang? Zack. Hätten sie sich das auch remove'n können. Wann wer fehlt bei sowas? Oder bei dem hier? Allgemein jetzt noch. Oh. Ich seh grad. Haben sie. Oh, schön. Oh, leine. Oh, leine. So, sehr schön hätten wir das auch. Super. Wir können jetzt erstmal den fünften Dungeon machen. Wir können auch den dritten Dungeon machen. Oder? Ich glaube, ja, doch, klar. Wir haben die Pegasus-Stiefel. Und hier können wir uns jetzt auch erstmal zwei Sachen holen. Da ist anstatt eine Kiste ein Herzteil, okay. Zack! Das ist sehr nice. Reden wir das schon mal. Und hier ist eine Kiste anstatt eine Herzteil. Mit einer Zaubermuschel, okay. Es heißt, wir haben schon mal zwölf. Okay, noch zwei, äh, zwei. Noch acht Zaubermuscheln. Dann haben wir tatsächlich den, äh, das zweite Schwert. Beziehungsweise das, was uns dann erwartet. Ich glaube nicht, dass es das zweite Schwert sein wird, was wir da kriegen. Aber... Wir könnten auch in die Stadt. Und da, wo wir eigentlich die Flöte herkriegen, können wir noch... Ja! Aber vorher machen wir erstmal den dritten Dungeon. Das machen wir erstmal... Dann gehen wir schnell zu der Stadt... Und danach... Snacken wir uns, glaube ich... Den fünften Dungeon. Und wir brauchen... Haben wir den Boss-Kill? Ich glaube, wir haben den Boss-Kill tatsächlich sogar schon, ne? Ja! Okay, dann können wir jetzt den ersten Dungeon beliedigen, Leute! Wow! Wow! Also... Den dritten Dungeon, aber unser erster Dungeon. Herrlich. So, hier kriegen wir, glaube ich, noch einen Schlüssel, eigentlich. Ich weiß nicht mal, also... Ich weiß nicht mal, warum es hier noch den Schlüssel gibt. Du hast am Ende des Dungeons, wenn du jede Tür geöffnet hast, ein Schlüssel übrig. Warum auch immer. Zack! Hä? Äh... Nein, ich wollte doch kurz springen! Zack! Nice! Sind wir fast gestorben gerade, Leute! Haha! Alles klar! Ah! Nice! Zack! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Unser erster Dungeon, den wir geschafft haben, Leute! Wir können auch Dungeon 4 machen, wir können auch Dungeon 5 machen. Das heißt, wir haben theoretisch jetzt noch ein bisschen was zu erledigen. Ah! Oder ein paar Möglichkeiten, die wir machen können.